Guckt euch doch einfach mal diesen Baum an. Wahnsinn, oder? Weiß einer von euch, was das Geld hier ist? Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Guten Morgen, liebe Freunde. Es ist 5 Uhr. Hier findet immer der Karneval statt, der Umzug in der Stadt. Und hier vorne, an den Tischen, da findet man tagsüber die älteren Herrschaften, die sich hier gemütlich bei einer Partie, Dame oder Schach unterhalten. Da vorne seht ihr, es sind 22 Grad und es ist 7 Uhr 18. Guckt euch mal die Bäume an. Ich versuche mal um über die Straße zu kommen. So, jetzt bin ich hier auf dem Markt. Hier wird gerade erst alles richtig aufgebaut. Hier gibt es auch eine Toilette. Die kostet 50 Cent. Ich frage mich immer, wie etwas korpulentere Leute dort hinein kommen, weil ich habe schon meine Probleme damit. Ich mache jetzt mal die Kamera aus, weil hier einige Obdachlose sitzen und da sollte man nicht mit Kamera vorbeilaufen. Jetzt gehe ich in den Mercado. Da ist aber noch einiges zu, hier habe ich gerade gesehen. Ich finde es total schön, hier herum zu laufen und zu sehen, wie die Stadt langsam erwacht. Jetzt sieht es schon etwas geschäftiger hier aus, oder? Also, falls ihr euch wundert, hier steht vor jedem Laden jemand, der irgendwas ruft, was ich natürlich nicht verstehe. Und das ist wahrscheinlich Promotion für das jeweilige Geschäft. Weiß einer von euch, was das Gale hier ist? Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich vermute ein Gewürz, aber ich wüsste gern, wie es heißt. Und? Wie findet ihr es hier? Ich finde es schön. Schaut mal, da oben auf dem Berg ist wieder eine Favela. Und guckt euch mal die Stromleitungen hier an. Oh, hier wird geschossen. Da das gehört? Die Kinder haben jetzt alle hier schon Schulschluss. Das heißt, die haben täglich ungefähr vier Stunden Unterricht. Finde ich ganz schön wenig, wenn man das mit Deutschland vergleicht. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Ciao! Ciao!